Das Familienskigebiet Hansberg liegt 850 Meter hoch und ist 30 Kilometer von Linz entfernt in Mühlviertel. Skispaß und Naturgenuss, das ist Skifahren im Skigebiet Hansberg. Durch seine Lage auf 850 Meter Höhe und einer Beschneiungsanlage ist Schneesicherheit garantiert. 13 Schneegeräte sowie ein modernes Pistengerät sorgen für beste Pistenverhältnisse. Anfänger und unsere Kleinsten können problemlos ihre ersten Schritte im eigens gestalteten und abgesicherten Gelände, dem Kinderland, machen. Dieses ist ausgestattet mit drei unterschiedlichen Liftanlagen. Der Zauberteppich bietet sanften Erstkontakt für Beginner. Beim Förderband mit 72 Metern haben die leicht Fortgeschrittenen die Möglichkeit, längere Abfahrten zu machen. Am Sein-Lift Pinocchio können Fortgeschrittene ihre Fahrkenntnisse noch einmal verbessern, bevor sie zur Schleppliftanlage wechseln. Beim Hansberg-Schlepplift kommen Pistenflitzer voll auf ihre Rechnung. Die Skifahrer haben zwei Abfahrten zur Auswahl. In der gemütlichen Skihütte wird der hungrige Gast mit Hausmannskost, Mehlspeisen und Getränken verwöhnt. Auf Großbildschirmen sind sie bei den Wintersportübertragungen immer live dabei. Die Gaststätte ist wegen der vielen Kinder ein Nichtraucherlokal. Das Familienskigebiet Hansberg, ganz nah bei Linz. Für alle Körnerstufen und jeden Geschmack. Das Familienskigebiet Hansberg, ganz nah bei Linz.